50 Jahre waren vergangen seit Papst Urban II. mit flammenden Reden, die Franzosen aufgerufen hatte, als Pilger und Krieger Christi ins Heilige Land aufzubrechen. Wahrscheinlich waren seit dem denkwürdigen Jahr 1096 insgesamt etwa 750.000 Europäer ins Heilige Land gezogen. Die meisten kehrten wieder heim. Ein Drittel erlag den Strapazen der Reise und den Kämpfen. War dieses Europa nun bereit, einem neuen Appell des Papstes zu folgen und nach Outremer zu ziehen, weil die Muselmanen das Königreich Jerusalem bedrohten, die wichtige Festung Edessa inzwischen gefallen war? Papst Eugen III. zog nicht nach Frankreich und predigte dort, wie es einst Urban II. getan hatte. Er war kein mitreißender Redner und sandte daher lediglich eine päpstliche Bulle an den jungen König Frankreichs, Ludwig VII. und forderte ihn auf, das Kreuz zu nehmen. Ludwig war ein frommer, eifriger Christ, blind der Kirche ergeben, aber außerstande die großen Gedanken des Christentums und das päpstliche Machtspiel zu begreifen. Er war entschlossen, den Kreuzzug selbst anzuführen. Zu Weihnachten 1145 berief er alle seine großen Vasallen nach Bursch, teilte ihnen mit, dass er entschieden habe, das Kreuz zu nehmen, und forderte sie auf, mit ihm zu ziehen. Die Sache war miserabel vorbereitet. Der König hatte zuvor mit niemandem gesprochen, und deshalb fand sich auch kein Adeliger, der als erster vorgetreten und andere mitgerissen hätte, so wie es einst Urban II. geschickt eingefädelt hatte. Die führenden Köpfe des Reiches befürchteten, die Abwesenheit des Königs werde Unruhe ins Land bringen, und außerdem, wer sollte das alles bezahlen? Der König blieb bleich, wütend und verletzt allein zurück. Aber schließlich war er der Herrscher Frankreichs. Eine derartige Abfuhr seiner Edlen konnte er sich nicht bieten lassen. Und außerdem war sein Plan gottgefällig. Er konnte also gar nicht scheitern. Für den Ostersonntag, den 31. März 1146, berief er nach Veselet neuerlich eine Ratsversammlung ein. Diesmal aber war er besser vorbereitet. Er hatte sich die Dienste eines Mannes gesichert, der bereits zu Lebzeiten als Heiliger verehrt wurde. Bernhard von Clairvaux. Der introvertierte Mönch war knapp 22 Jahre jung, als er die Macht erkannte, die immer dann von ihm ausging, wenn er den Menschen die Lehre Christi verkündete. Je älter er wurde, desto mehr wuchs sein Arbeitspensum. Er schlichtete komplizierte theologische Fragen, verfasste Streitschriften gegen die Mönche von Cluny, verhinderte Judenpogrome, sammelte Almosen für Waisenkinder und fand immer wieder Zeit, Tag für Tag vor Hunderten von Menschen zu predigen. An ihn nun wandte sich Ludwig VII. um Hilfe. Bernhard sollte zu den Adeligen Frankreichs predigen. Und es war wirklich faszinierend. In Veselet, wo der französische König den Adel zusammengerufen hatte, wiederholt sich der Vorgang von Claremont, ein echtes Déjà-vu-Erlebnis. Nach der aufrüttelnden Rede Bernhards bricht die Menge wieder, wie schon 1096, in den hysterischen Ruf, Kreuze, gebt uns Kreuze, aus. Und wieder nähen hunderte Männer und Weiber, rasch herbeigeschaffte Stofffetzen zu kreuzen, auf die Gewänder der Streiter Christi. Dieser Erfolg machte den heiligen Bernhard kühn. Er beschloss auch, den deutschen König Konrad III. zu überreden. Dem war dieses Abenteuer zwar nicht geheuer, doch der allgemeinen Begeisterung konnte er sich nicht entziehen. Er versprach, das Kreuz zu nehmen. Auch sein Neffe Friedrich, der spätere Kaiser Barbarossa, gelobte die Heerfahrt. Und zahlreiche deutsche Adelige schlossen sich an. Selbst Konrads Vasallenkönige Wladyslaw von Böhmen und Boleslaw IV. von Polen versprachen, das Kreuz zu nehmen. Je nachdem, aus welchem Land der Historiker stammt, stellt er dem französischen oder dem deutschen Kreuzfahrer her das schlimmste Zeugnis aus. Die Missstimmung unter den Deutschen war groß, König Konrad zu alt und zu schwach, um sich durchsetzen zu können. Friedrich Barbarossa zu unerfahren, um das Heft in die Hand zu nehmen. Es gab Streitigkeiten zwischen den Polen, den Böhmen, den Lothringern. Und als schließlich Ludwig VII. mit seinem rein französischen Heer die Deutschen auf dem Balkan einholte, war das Chaos perfekt. Mit Mühe und Not schaffte es der oströmische Kaiser Manuel, die zerstrittenen Kriegerscharen nach Kleinasien überzusetzen. König Konrad zog als erster von Nikea aus, den Seltschuken entgegen. Selten ist der Aufbruch eines großen Heeres rascher und unrühmlicher zu Ende gegangen, wie dieser erste deutsche Kreuzzug. Am 15. Oktober 1147 verließ Konrad Nikea. Am selben Tag finden wir den König mit einer Handvoll Getreuer bereits auf der Flucht zurück nach Nikea. Vier Fünftel seiner stolzen Heeresmacht waren in einem Hinterhalt erschlagen worden. Vierzehn Tage später erreichten die Franzosen Nikea. Hochmütig sahen sie auf die Reste des deutschen Heeres herab. Kleinlaut durften sich die Deutschen Ludwig anschließen. Die Weiterreise folgte von Antalya aus mit dem Schiff nach Antiochia, doch die Stimmung der Truppe besserte sich nicht. Da ist es kein Wunder, dass sich der einberufene Kriegsrat nicht einigen konnte. Die einen verlangten, den Feind in Aleppo anzugreifen und dann auf Jerusalem zu marschieren. Die anderen, es waren die Franzosen, wollten erst in Jerusalem am Heiligen Grab beten und dann, nach Rücksprache mit Königin Melisande, ihre Entscheidung treffen. Die Männer einigten sich auf die dümmste Lösung, den Angriff auf Damaskus. Es war die Aussicht auf reiche Beute, die reine Gier, die die Männer diesen unsinnigen militärischen Entschluss fassen ließ. Am 16. Juli 1148 setzte sich das Heer in Bewegung. Am 25. Juli erreichte es die syrische Metropole. Zwar wurde dank der Tapferkeit der Deutschen das damaszenische Heer in die Stadt zurückgetrieben, aber der Herrscher der Stadt, Emir Unur, verlor nicht die Nerven. Er bat alle islamischen Fürsten dringend um Hilfe und erhielt sie auch. Die Belagerung der reichen Stadt begann. Im Fürstenhauptquartier gab es sofort wieder Zank. Das Fell des Bären sollte zerteilt werden, bevor er erlegt war. Es ging bei den Streitigkeiten um die wirklich wichtige Frage, wer Regent von Damaskus werden sollte. Die einheimischen Fürsten erwarteten, dass einer der Iren die Stadt als Kronlehn des Königreichs Jerusalem erhalten werde. Die Kreuzfahrerfürsten wiederum wollten Thierry von Flandern als Herrscher sehen. Die Uneinigkeit wuchs und am fünften Tag befahlen die vom Emir von Damaskus bestochenen Fürsten Utremeers den Rückzug. Es war eine Schande und das bittere Hohngelächter der Eingeschlossenen von Damaskus klang den europäischen Fürsten in den Ohren, als auch sie abzogen. Im darauffolgenden Winter 1148-49 verließen die Kreuzfahrerherrscher das Heilige Land. Konrad verbrachte den Winter bei seinem neuen Freund, dem oströmischen Kaiser Manuel. König Ludwig zog es zum sizilianischen König Roger, dem Todfeind Manuels. Ludwig brauchte eine Rechtfertigung, um seinem Volke und dem heiligen Bernhard zu erklären, wieso der große Kreuzzug so kläglich gescheitert war. Die Ursache konnte, ja durfte, nicht bei den Kreuzfahrern liegen. Nur die Niedertracht der Oströmer, die keinerlei Unterstützung gewährt hatten, sondern dauernd Verrat übten, hätten, nach Meinung der Franzosen, den Erfolg verhindert. Man kann nicht die Geschichte der Kreuzzüge erzählen, ohne auf Renaud de Chatillon zu sprechen zu kommen. Der mittellose Sohn des armen Grafen Godefroy de Gien et Chatillon vereinigte in seiner Person alle Schattenseiten, die eine spätere Zeit den Kreuzfahrern zuschreibt. Von tollküner Tapferkeit, ohne eine Spur von strategischem Verstand, nur von dem einen Drang beseelt dreinzuschlagen, egal ob mit Streitakt, Lanze oder Kolben. Seine Gier nach Luxus und Gold kannte keine Grenzen. Kein anderer Fürst von Outremer hat so sehr zum endgültigen Untergang des Königreichs Jerusalem beigetragen wie er. Diesem Hau drauf war Konstanze, die 22-jährige Fürstin, Witwe von Antiochia, Mutter von vier Kindern, hoffnungslos verfallen. Er durfte in ihrem Fürstentum schalten und walten, wie es ihm beliebte. Nachdem er das Gold des Patriarchen von Antiochia, Emery, gestohlen hatte, überfiel er die zu Ostrum gehörende christliche Insel Zypern. 50 Jahre zuvor hatten die Zyprioten dem hungernden, verzweifelten Heer des ersten Kreuzzuges nach besten Kräften mit Lebensmitteln und Wein ausgeholfen. Renault bekümmerte das nicht. Er plünderte die Insel, die seit 300 Jahren kein Feind betreten hatte, erbarmungslos aus. 35.000 Zyprioten starben. Der Übermut des Eroberers war so groß, dass er prominente Zyprioten verstümmelte und sie zur Berichterstattung nach Konstantinopel sandte. Es kam, wie es kommen musste. Der Kaiser von Konstantinopel, Manuel Komnenos, zog im Herbst 1158 mit einem gewaltigen Heer nach Syrien, um Renault eine Lektion zu erteilen. Denn diese Demütigung konnte er sich nicht bieten lassen, wollte er nicht sein Gesicht verlieren. Renault wusste um die Aussichtslosigkeit seiner Lage. Nur mit einem Sack angetan, barfuß und sich zeitweilig, freilich nicht allzu stark, geißelnd, erschien er demütig im Heerlager des Kaisers. Durch ein Spalier der Leibgarde, die zum Zeichen der Verachtung die Lanzenspitzen nach unten richtete, ging der barfüßige Fürst von Antiochia einher. Vor dem kaiserlichen Thron warf er sich in den Staub. Erst als er flehentlich die Hände erhob, geruhte die Majestät aus Konstantinopel, ihn zur Kenntnis zu nehmen. Innerhalb weniger Minuten gestand ihm Renault alles zu, wogegen seine Vorgänger leidenschaftlich gekämpft hatten. Zu jedem Kriegszug des Kaisers hatte Renault eine Abordnung beizustellen, eine oströmische Besatzung musste in die Zitadelle von Antiochia aufgenommen werden und schließlich für die Kleriker die größte Sünde wurde in Antiochia ein griechisch-orthodoxer Patriarch eingesetzt. Vermutlich hat Renault aufgeatmet, als der Kaiser wieder abzog. Aber sein Unglück blieb ihm treu. Ein knappes Jahr nach seiner Unterwerfung wurde er während eines Raubzuges in den nahegelegenen Bergen vom Stadthalter von Aleppo überfallen. Renault tötete 15 Türken, bevor es gelang, ihn zu fesseln. Man schaffte ihn auf den Rücken eines Kamels gebunden nach Aleppo, wo der Stadthalter schon das Lösegeld für den großen Fang ausrechnete. Er war enttäuscht, als niemand im Königreich Jerusalem den Fürsten auslösen wollte. 16 Jahre dauerte es, ehe Renault wieder freigelassen wurde. Er kam gerade zur rechten Zeit, um endgültig zum Totengräber Jerusalems zu werden. Unauffällig, aber äußerst effektiv hatte sich in relativ kurzer Zeit der Sohn des Kriegshauptmanns Zengi, Nureddin, von Aleppo aus ein beachtliches Reich zusammenerobert. Als auch Damaskus fiel, beherrschte er das Land von Kleinasien bis nach Jordanien. Gleich einer gigantischen Sichel umfasste Nureddins Reich ganz Outremer. Und wenn nicht eine Serie von Erdbeben vier Fünftel der westsyrischen Städte zerstört, Burgen und Stadtmauern schwer beschädigt hätte, dann wäre mit Sicherheit auch ein Angriff auf Jerusalem unausweichlich geworden. Das Interesse des Kreuzfahrerstaates konzentrierte sich, durch die Naturkatastrophe von einer Last befreit, jetzt auf Ägypten. Der Staat am Nil war durch innere Kämpfe seiner jeweiligen Machthaber so gelähmt, dass er nicht einmal imstande war, die letzte Festung im Heiligen Land, das als uneinnehmbar geltende Ascalon, zu halten. Jene Festung, vor der die Kreuzfahrer schon mehrfach gescheitert waren. Zwar hielten ihre gewaltigen Mauern den jungen König Boudouin III., den Sohn der berühmten Königin Melisande, sechs Monate auf, aber es stellte sich heraus, dass die Kriegstechnik in den 50 Jahren seit der Eroberung Jerusalems bedeutende Fortschritte gemacht hatte. Die Türme auf Rädern, deren erste Typen geholfen hatten, Antiochia und Jerusalem zu erobern, wurden durch raffinierte Verbesserungen zu entscheidenden Waffen. Die Araber standen dem praktisch-technologischen Talent der Westeuropäer staunend und hilflos gegenüber. Aber Ruhmsucht, Ehrgeiz und Gier, diese Schattenseiten der Ritterzeit, zeigten sich vor Ascalon zum ersten Mal in ihrer ganzen Sinnlosigkeit. Die Tempelritter waren überzeugt, dass nur ihnen allein der Ruhm des Sieges gebühre. Mehrere ihrer Brüder riegelten den Ort des Angriffs ab, um andere Christen am Mitkämpfen zu hindern. Allein, ohne Unterstützung, drangen 40 Ritter in die sturmreif geschossene Stadt. Als die Ägypter erkannten, wie klein die Schar war, metzelten sie die Truppe gnadenlos nieder. Wenige Tage später ergab sich die Stadt unter ehrenhaften Bedingungen. Ascalon wurde christlich, die große Moschee dem heiligen Paulus geweiht, die Beute unter allen Rittern sehr zum Missvergnügen der Templer geteilt. Die Eroberung Ascalons markiert die größte Ausdehnung des Königreichs Jerusalems. Dass die Kräfte, die zum Untergang führen sollten, schon am Werke waren, dass die große Sichel Nuredins irgendwann einmal mit dem Schneiden beginnen würde, scheint niemand wahrgenommen zu haben. Klären, wieso der große Kreuzzug so kläglich gescheitert war. Die Ursache konnte, ja durfte, nicht bei den Kreuzfahrern liegen. Nur die Niedertracht der Oströmer, die keinerlei Unterstützung gewährt hatten, sondern dauernd Verrat übten, hätten, nach Meinung der Franzosen, den Erfolg verhindert. Man kann nicht die Geschichte der Kreuzzüge erzählen, ohne auf Renaud de Chatillon zu sprechen zu kommen. Der mittellose Sohn des armen Grafen Godefroy de Gien et Chatillon vereinigte in seiner Person alle Schattenseiten, die eine spätere Zeit den Kreuzfahrern zuschreibt. Von tollkühner Tapferkeit, ohne eine Spur von strategischem Verstand, nur von dem einen Drang beseelt, dreinzuschlagen, egal ob mit Streitakt, Lanze oder Kolben. Seine Gier nach Luxus und Gold kannte keine Grenzen. Kein anderer Fürst von Outremer hat so sehr zum endgültigen Untergang des Königreichs Jerusalem beigetragen wie er. Diesem Hau drauf war Konstanze, die 22-jährige Fürstin, Witwe von Antiochia, Mutter von vier Kindern, hoffnungslos verfallen. Er durfte in ihrem Fürstentum schalten und walten, wie es ihm beliebte. Nachdem er das Gold des Patriarchen von Antiochia, Emery, gestohlen hatte, überfiel er die zu Ostrum gehörende christliche Insel Zypern. 50 Jahre zuvor hatten die Zyprioten dem hungernden, verzweifelten Heer des ersten Kreuzzuges nach besten Kräften mit Lebensmitteln und Wein ausgeholfen. Renault bekümmerte das nicht. Er plünderte die Insel, die seit 300 Jahren kein Feind betreten hatte, erbarmungslos aus. 35.000 Zyprioten starben. Der Übermut des Eroberers war so groß, dass er prominente Zyprioten verstümmelte und sie zur Berichterstattung nach Konstantinopel sandte. Es kam, wie es kommen musste. Aber schließlich war er der Herrscher Frankreichs. Eine derartige Abfuhr seiner Edlen konnte er sich nicht bieten lassen. Und außerdem war sein Plan gottgefällig. Er konnte also gar nicht scheitern. Für den Ostersonntag, den 31. März 1146, berief er nach Veselet neuerlich eine Ratsversammlung ein. Diesmal aber war er besser vorbereitet. Er hatte sich die Dienste eines Mannes gesichert, der bereits zu Lebzeiten als Heiliger verehrt wurde. Bernhard von Clairvaux. Der introvertierte Mönch war knapp 22 Jahre jung, als er die Macht erkannte, die immer dann von ihm ausging, wenn er den Menschen die Lehre Christi verkündete. Je älter er wurde, desto mehr wuchs sein Arbeitspensum. Er schlichtete komplizierte theologische Fragen, verfasste Streitschriften gegen die Mönche von Cluny, verhinderte Judenpogrome, sammelte Almosen für Waisenkinder und fand immer wieder Zeit, Tag für Tag vor Hunderten von Menschen zu predigen. An ihn nun wandte sich Ludwig VII. um Hilfe. Bernhard sollte zu den Adeligen Frankreichs predigen. Und es war wirklich faszinierend. In Veselet, wo der französische König den Adel zusammengerufen hatte, wiederholt sich der Vorgang von Claremont, ein echtes Déjà-vu-Erlebnis. Nach der aufrüttelnden Rede Bernhards bricht die Menge wieder, wie schon 1096, in den hysterischen Ruf »Kreuze, gebt uns Kreuze« aus und wieder nähen hunderte Männer und Weiber rasch herbeigeschaffte Stofffetzen zu kreuzen auf die Gewänder der Streiter Christi. Dieser Erfolg machte den heiligen Bernhard kühn. Er beschloss auch, den deutschen König Konrad III. zu überreden. Dem war dieses Abenteuer zwar nicht geheuer, doch der allgemeinen Begeisterung konnte er sich nicht entziehen. Er versprach, das Kreuz zu nehmen. Auch sein Neffe Friedrich, der spätere … 50 Jahre waren vergangen, seit Papst Urban II. mit flammenden Reden, die Franzosen aufgerufen hatte, als Pilger und Krieger Christi ins Heilige Land aufzubrechen. Wahrscheinlich waren seit dem denkwürdigen Jahr 1096 insgesamt etwa 750.000 Europäer ins Heilige Land gezogen. Die meisten kehrten wieder heim. Ein Drittel erlag den Strapazen der Reise und den Kämpfen. War dieses Europa nun bereit, einem neuen Appell des Papstes zu folgen und nach Outremer zu ziehen, weil die Muselmanen das Königreich Jerusalem bedrohten, die wichtige Festung Edessa inzwischen gefallen war? Papst Eugen III. zog nicht nach Frankreich und predigte dort, wie es einst Urban II. getan hatte. Er war kein mitreißender Redner und sandte daher lediglich eine päpstliche Bulle an den jungen König Frankreichs Ludwig VII. und forderte ihn auf, das Kreuz zu nehmen. Ludwig war ein frommer, eifriger Christ, blind der Kirche ergeben, aber außerstande die großen Gedanken des Christentums und das päpstliche Machtspiel zu begreifen. Er war entschlossen, den Kreuzzug selbst anzuführen. Zu Weihnachten 1145 berief er alle seine großen Vasallen nach Bursch, teilte ihnen mit, dass er entschieden habe, das Kreuz zu nehmen, und forderte sie auf, mit ihm zu ziehen. Die Sache war miserabel vorbereitet. Der König hatte zuvor mit niemandem gesprochen, und deshalb fand sich auch kein Adeliger, der als erster vorgetreten und andere mitgerissen hätte, so wie es einst Urban II. geschickt eingefädelt hatte. Die führenden Köpfe des Reiches befürchteten, die Abwesenheit des Königs werde Unruhe ins Land bringen, und außerdem, wer sollte das alles bezahlen? Der König blieb bleich, wütend und verletzt allein zurück. Der Kaiser Barbarossa gelobte die Heerfahrt, und zahlreiche deutsche Adelige schlossen sich an. Selbst Konrads Vasallenkönige Wladyslaw von Böhmen und Bulleslaw IV. von Polen versprachen, das Kreuz zu nehmen. Je nachdem, aus welchem Land der Historiker stammt, stellt er dem französischen oder dem deutschen Kreuzfahrer her das schlimmste Zeugnis aus. Die Missstimmung unter den Deutschen war groß, König Konrad zu alt und zu schwach, um sich durchsetzen zu können, Friedrich Barbarossa zu unerfahren, um das Heft in die Hand zu nehmen. Es gab Streitigkeiten zwischen den Polen, den Böhmen, den Lothringern. Und als schließlich Ludwig VII. mit seinem rhein-französischen Heer die Deutschen auf dem Balkan einholte, war das Chaos perfekt. Mit Mühe und Not schaffte es der oströmische Kaiser Manuel, die zerstrittenen Kriegerscharen nach Kleinasien überzusetzen. König Konrad zog als erster von Nikea aus, den Seltschuken entgegen. Selten ist der Aufbruch eines großen Heeres rascher und unrühmlicher zu Ende gegangen, wie dieser erste deutsche Kreuzzug. Am 15. Oktober 1147 verließ Konrad Nikea. Am selben Tag finden wir den König mit einer Handvoll Getreuer bereits auf der Flucht zurück nach Nikea. Vier Fünftel seiner stolzen Heeresmacht waren in einem Hinterhalt erschlagen worden. Vierzehn Tage später erreichten die Franzosen Nikea. Hochmütig sahen sie auf die Reste des deutschen Heeres herab. Kleinlaut durften sich die Deutschen Ludwig anschließen. Die Weiterreise folgte von Antalya aus mit dem Schiff nach Antiochia, doch die Stimmung der Truppe besserte sich nicht. Da ist es kein Wunder, dass sich der einberufene Kriegsrat nicht einigen konnte. Die einen verlangten, den Feind in Aleppo anzugreifen und dann auf Jerusalem zu marschieren. Die anderen, es waren die Franzosen, wollten erst in Jerusalem am Heiligen Grab beten und dann nach Rückstrache mit Königin Melisande ihre Entscheidung treffen. Die Männer einigten sich auf die dümmste Lösung, den Angriff auf Damaskus. Es war die Aussicht auf reiche Beute, die reine Gier, die die Männer diesen unsinnigen militärischen Entschluss fassen ließ. Am 16. Juli 1148 setzte sich das Heer in Bewegung. Am 25. Juli erreichte es die syrische Metropole. Zwar wurde dank der Tapferkeit der Deutschen das damaszenische Heer in die Stadt zurückgetrieben, aber der Herrscher der Stadt, Emir Unur, verlor nicht die Nerven. Er bat alle islamischen Fürsten dringend um Hilfe und erhielt sie auch. Die Belagerung der reichen Stadt begann. Im Fürstenhauptquartier gab es sofort wieder Zank. Das Fell des Bären sollte zerteilt werden, bevor er erlegt war. Es ging bei den Streitigkeiten um die wirklich wichtige Frage, wer Regent von Damaskus werden sollte. Die einheimischen Fürsten erwarteten, dass einer der Iren die Stadt als Kronlehen des Königreichs Jerusalem erhalten werde. Die Kreuzfahrerfürsten wiederum wollten Thierry von Flandern als Herrscher sehen. Die Uneinigkeit wuchs und am fünften Tag befahlen die vom Emir von Damaskus bestochenen Fürsten Outre-Mers den Rückzug. Es war eine Schande und das bittere Hohngelächter der Eingeschlossenen von Damaskus klang den europäischen Fürsten in den Ohren, als auch sie abzogen. Im darauffolgenden Winter 1148-49 verließen die Kreuzfahrerherrscher das Heilige Land. Konrad verbrachte den Winter bei seinem neuen Freund, dem oströmischen Kaiser Manuel. König Ludwig zog es zum sizilianischen König Roger, dem Todfeind Manuels. Ludwig brauchte eine Rechtfertigung, um seinem Volke und dem heiligen Bernhard zu erklären.